Hallo zusammen, Maya3Sign07 hier. Ich möchte den heutigen Ostermontag nutzen, um mal wieder ein paar Videos vorzudrehen. Beginnen möchte ich mit schon gelesen oder suppt es noch. Diesmal geht es um den April 2017. Letztes Jahr sind ja im April 5 Bücher bei mir eingezogen. Das erste war Christine Cason, Endstation Côte d'Azur. Der vierte Fall für Commissaire Duval. Der April war sehr Frankreich-lastig im letzten Jahr. Da bin ich irgendwie auf den Geschmack der Frankreich-Krimis gekommen. Das Buch habe ich schon gelesen, es hat mir sehr gut gefallen und hat sehr viel Spaß gemacht. Dann Christiane Franke und Cornelia Kunert, Mörderjagd mit Inselblick. Ein Nordfriesland-Krimi, der vierte Fall für Rudi, Rosa und Henna. Hab ich auch schon gelesen, war nicht schlecht. Nachbarsgockel, Ruhe bitte! Es war sooo klar, dass der jetzt hier wieder das Rumkaspern anfangen muss. Den ganzen Tag hält der die Klappe, aber kaum fang ich das Video drehen an, muss der wieder rumschreien. Nerv! Weiter! Jean-Jacques Laurent Elsässer Erbschaften. Das habe ich mir mal gekauft, da hat mich die liebe Claudia in Deggendorf besucht. Das war ein wunderschöner Nachmittag, letztes Jahr im April. Und bei der Gelegenheit habe ich mir dieses Buch besorgt. Der erste Fall für Major Chul Gabin. Habe ich auch schon gelesen, mittlerweile auch alle anderen. Da kommt ja dieses Jahr im Juni der mittlerweile vierte Fall raus, auf den freue ich mich jetzt auch schon total. Dann nochmal Frankreich, Christine Cason, stürmische Cote d'Azur. Der dritte Fall für Commissaire Duval. Auch ein sehr schöner Frankreich-Krimi, den ich mittlerweile schon gelesen habe. Und dann dieser Pauli Vogelkoje. Der elfte Fall für Mama Carlotta. Das habe ich auch schon längst gelesen und euch rezensiert. Da kommt ja jetzt Ende April, Anfang Mai auch der nächste Band raus. Da freue ich mich riesig drauf, wieder mit Mama Carlotta ermitteln zu dürfen. Ihr seht, fünf Bücher besorgt letztes Jahr und fünf schon gelesen. Also ein super Durchschnitt. Bin ich sehr zufrieden damit. Mit diesem Video war es das jetzt, aber es kommen noch einige mehr. Also bleibt dran. Meier 3007